Moin, Bo hier für BoBeats Online. Mit Trommeln dies das, Teil 4, Bo's Advents-Warmup-Kalender. Was hat es damit auf sich? Das ist eine kleine Aktion, die ich derzeit bei Instagram mache, also at bobeatsonline, unbedingt mal vorbeischauen. Da poste ich den Dezember über jeden Tag eine kleine Pad-Warmup-Übung. Kalte Jahreszeit gleich Warmup-Zeit. Und zwar mache ich das nicht alleine, sondern mit der Hilfe von vielen Kollegen, die ich einfach gefragt habe, ob sie dabei sind. Und die haben mir ihre Lieblings-Warmups zur Verfügung gestellt. Ich habe die in Noten gesetzt und hier eine Playlist erstellt, wo ich diese Warmup-Übung einfach mal vorspiele. Da sind verschiedene Schwierigkeitsgrade dabei. Da geht es um Akzente, um Stickings, um Rudiments und so weiter in diversen verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Da ist also hoffentlich für jeden was dabei. Und am Ende stehen dann 24 Warmups. Am 24.12., als kleines Weihnachtsgeschenk meinerseits, gibt es dann ein kleines E-Book, also ein PDF, zum Download bei bobeats-online.de. Und da habt ihr eine kleine schöne Übersicht und auf jeden Fall genug Warmups für die nächste Zeit. Kann man natürlich auch außerhalb des Dezember benutzen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei den ganzen Kollegen. Vielleicht, wenn es euch gefällt, seid ihr so nett und unterstützt, die liked, teilt, kommentiert und so weiter. Das hilft immer allen und vielleicht findet ihr auch noch ein paar coole Videos eben dieser besagten Kollegen. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit dieser Playlist und dann verabschiede ich mich und dann sehen wir uns bei Trommeln, dies, das, Teil 5 hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.